Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Norderstädter Bank übergibt Spendencheck in Höhe von 1500 Euro. Kirchensanierung in Bad Bramstedt geht in die finale Runde. Und Bockholt bietet das Rundum-Sorglos-Paket in Norderstedt. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Beermann Automobile. Ihren Partner für Mercedes-Benz und Smart. Erneut hat die Norderstädter Bank AG im vergangenen Jahr die Aktion Kalender gegen Spende durchgeführt. Am 20. Februar konnte der Scheck über 1500 Euro an die Kindertagesstätte unter der Eiche übergeben werden. Also es geht ja um die Aktion Kalender gegen Spende, die wir jetzt, ich glaube das siebte Jahr hintereinander schon stattfinden lassen bei uns in der Bank. Dafür wird immer im Dezember, ja gibt es Jahreskalender und die können dann gegen eine kleine Spende sozusagen von unseren Kunden mitgenommen werden. Und das Geld wird gesammelt, immer für einen guten Zweck, häufig für den Kindergarten, weil Geld ist da ja immer knapp und wir unterstützen natürlich sehr gerne Kinder und tun damit was Gutes. Also ich kann mir vorstellen, dass es da verschiedene Institutionen gibt, die gerne daran teilnehmen. Wir gucken als Norderstädter Bank, weil wir hier halt verwurzelt sind, auch immer, dass es eine Institution ist, die uns wichtig ist, die wir kennen, die bei uns in der Nähe ist. Und da kam jetzt die Zusammenarbeit hier mit dieser Kita. Ja, das läuft ja immer auch nur über einen bestimmten Zeitraum und unsere Kunden kennen das inzwischen auch schon, es kommt jedes Jahr. Und die sind immer gerne bereit, da auch ordentlich was zu geben, was man ja auch an der Spendensumme dann sieht. Also wir haben ein Außenspielgerät, das ist ein Kletterturm. Der ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt und muss erneuert werden. Der ist durchgerottet und dafür sammeln wir Spenden und freuen uns über den großen Betrag von 1500 Euro von der Norderstädter Bank. Das Klettergerät wird ungefähr 20.000 Euro kosten und wir versuchen natürlich noch weitere Spendengelder zu akquirieren und freuen uns immer, wenn Menschen sich angesprochen fühlen und Lust haben, sich für Kinder einzusetzen. Am 20. Februar feierte die Kirchengemeinde Bad Bramstedt bergfest anlässlich der Dachsanierungsarbeiten der Maria Magdalenen Kirche. Die Arbeiten am Dach des Kirchenschiffes sind so gut wie abgeschlossen und am Kirchturm wurden bereits die ersten Träger und Stützpfeiler ausgetauscht. Ich bin Thorsten Evers und darf hier an dieser Kirche die Arbeiten, Planung und Ausführung mitmachen. Und so ein Kirchbau ist immer besonders spannend, weil alle Beteiligten vom Planenden bis zum Handwerker sich darüber bewusst sind, dass sie über ihre Generation hinaus hier tätig sind. Und das macht die Sache eigentlich ganz einfach, weil Handwerksehre dann wirklich zum Zuge kommt und das Zusammenspiel zwischen Bauherrschaft, Planenden und Handwerkern ein Ziel hat, nämlich diese Kirche über unsere Generation hinaus wieder so instand zu setzen, dass sie die nächsten paar hundert Jahre durchhält. Und das macht Spaß, wenn alle Beteiligten konstruktiv dran gehen. Hier ist es besonders gut, weil auch die Bauherrschaft in besonderer Weise den Handwerkern mit diesen schwierigen Arbeiten wirklich Respekt zollt. Eine der schwierigsten Fragen in der Baubranche, was kostet es und wann wird es fertig? Also wir sind mit dem Dachstuhl sehr gut vorwärts gekommen, der wird demnächst fertig sein. Und im Zonenbereich haben wir doch einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Das vermag ich im Moment noch nicht zu sagen, aber im Sommer werden wir fertig sein. Wir sind hochzufrieden. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Architekten und mit den Handwerkern der verschiedenen Gewerke. Sie leisten Großartiges, sie verstehen sich untereinander hervorragend, besprechen alles intensiv. Also wir können nur von Glück sagen, dass wir in diesem Team hier arbeiten können. Es kommen lediglich noch die Dachpfannen drauf und dann wird von innen verstrichen nach der alten Methode. Ansonsten sind die Hauptarbeiten jetzt hier im Turm zu tun und auch da ist eine ganz große körperliche Anstrengung notwendig. Es müssen viele alte Balken eingesetzt werden, die Gott sei Dank von der Bauunion Wismar dann schon abgelagert hierher kommen können und eingebaut werden. In seiner Dankesrede lobte Kirchengemeinderat und Vorsitzender des Kirchengemeindlichen Bauausschusses Stefan Dörksen die gewissenhafte Arbeit der Handwerker und die hervorragende Zusammenarbeit der einzelnen Firmen untereinander. In der Rathausallee 31 in Norderstedt ist die Kanzlei Lotz und Schmidt ansässig. Rechtsanwälte und Notare setzen sich hier täglich für die Belange ihrer Bandanten ein. Das erfahrene Team von Notaren und Fachanwälten verschiedenster Bereiche überzeugt vor allem durch Kompetenz und Erfahrungswerte. Seit über 50 Jahren überzeugt die Bockholt KG im Segment Gebäudereinigung inklusive aller Extras ihre Kunden immer wieder aufs Neue. Sowohl auf dem gewerblichen als auch dem privaten Segment sind die Spezialisten zu Hause. Die Graffiti-Entfernung, wir machen Bahnreinigung, also der deutschen Bahnzugreinigung, also unser Portfolio bietet fast alles, das Rundum-Sorglos-Paket. Wir haben Industriekletterer im Einsatz, die in schwindelerregender Höhe arbeiten, an Fassaden, wo man mit dem Steiger, mit der Hubbühne nicht mehr rankommt. Oder auch an Windkrafträdern, die mal gereinigt werden müssen, gewartet werden müssen. Auch diese haben wir im Einsatz. Für uns sind alle Branchen interessant. Wir gehen von dem Privathaushalt bis zum mittelständischen Unternehmen, bis zur großen Industrie. Wo wir verstärkt jetzt sind, ist in der Industriereinigung, genauso wie im Medical-Bereich, in der Hygiene, Krankenhaus. Da werden wir uns jetzt mehr breiter aufstellen. Besondere Dienstleistungen wie Overhead-Reinigungen oder der Einsatz des Kletterteams in schwindelerregender Höhe zählen ebenso zum Portfolio wie die klassische Unterhaltsreinigung kleiner bis großer Unternehmen. Stadtmagazin TV Termine Am 3. März heißt es, jeder stirbt für sich allein im Schauspiel in den Märzwecksälen Norderstedt. Die musikalisch-kulinarische Lesung Swinging Words mit La Bon Cuisine gibt es am 13. März im Margaretenhof im Kisdorf. Die Komödie Der schönste Tag im Jahr erleben Zuschauer am 22. März im Kulturwerk am See. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Am 7. März wird die Stadthalle Neumünster zum Zentrum der Wrestling-Szene beim Final Showdown der Pro Wrestling Fighters. Um die Zucht geht es bei der Rinderauktion am 19. März in der Auktionshalle und den Stallanlagen. Und hier kommen die Schlagzeilen. In einem Abrisshaus der Firma Mankebau konnten die Einheiten des THW unter realistischen Bedingungen üben. Die B-Jugend des 1. FC Quickborn spendet 4.705 Euro an das Kinderhospiz Sternenbrücke. Die Polizei fahndet nach einem Raubüberfall in Norderstedt mit einem Phantombild nach diesem Verbrecherpärchen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Beermann Automobile, Ihrem Partner für Mercedes-Benz und Smart.